Der Pater wusste vom ersten Lesedurchgang, dass nun keine Fakten mehr in Lukas Aufsatz niedergeschrieben waren, sondern lediglich, dass die Sache mit den verdreckten Höschen kurz nach dem Vorfall aufgehört hatte. Er schob das Heft von Luca beiseite und nahm sich das von Benno vor. Wie schon bei den Aufsätzen der anderen, musste er auch hier wieder trotz allem über den immer noch leicht kindlichen Tonfall, in dem sie ihre Geschichten erzählten, schmunzeln. Große Bengel, deren Muskeln schneller wuchsen als ihre Gehirne. Trotzdem waren sie im Grunde gute Kerle, oder würden es werden. Benno war der einzige der vier Jungs, der sich die Mühe gemacht hatte, eine Überschrift über seinen Aufsatz zu setzen. Eine Überschrift, die das Schmunzeln des Paters vertrieb. Warum ich Toni da Silva hasse. Wenn es keine Sünde wäre, würde ich Toni töten. Sie wollen wissen warum. Ich finde zwar, dass sie das nichts angeht, aber sie sind der Pater und unser Lehrer. Wir haben Fußball gespielt, unter ihrer Aufsicht übrigens. Sie waren da, aber sie haben nichts mitbekommen. Irgendetwas gelesen. Keiner hatte Toni wählen wollen, aber am Ende ist er in der anderen Mannschaft gelandet. In der zweiten Halbzeit, kurz vor Schluss, stand es unentschieden. Toni hatte den Ball und ist wie ein Irrer auf unser Tor zu. Ich wollte ihm den Ball abnehmen. Es war keine Absicht, dass er gestolpert ist. Ich war einfach nur ungeschickt. Aber er ist gestürzt und hat sich das Knie aufgeschlagen. Ich wollte mich sofort bei ihm entschuldigen, aber er hat nur gebrüllt. Foul, faul, faul, rote Karte, rote Karte und hat auf mich gezeigt. Benno, fault, hat er gebrüllt. Ich wollte ihm wirklich sagen, dass es mir leid tut, aber er hat einfach nicht gehört. Sie sind dann vom Rand gekommen und haben das Spiel abgebrochen, weil Tonis Knie so sehr geblutet hat. Er wollte sich aber nicht verarzten lassen. Er wollte, dass ich die rote Karte bekomme und dass seine Mannschaft gewinnt. Unbedingt. Er konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Betrug, Schiebung, all das hat er unablässig vor sich hingebrabbelt. Sie haben ihm gesagt, dass er einen Schock hätte, wegen dem Blut und den Schmerzen und so. Sie erinnern sich jetzt bestimmt daran. Wir sind alle heimgegangen. Tonis Verletzung war dann doch nicht so schlimm. Am nächsten Tag war er wieder da. Hat ein wenig gehumpelt, aber er war wie immer. Ruhig, hinten in seiner Ecke. Ein halbes Jahr lang ist nichts passiert. Doch, er hat in der Zeit Luca nach der Schule mit einem Stock aufgelauert und ihn verprügelt. Keine Ahnung warum. Luca wollte es nicht sagen. Auf jeden Fall, nach einem halben Jahr hat unsere Pepper gefohlt. Ich war das erste Mal dabei und durfte dem Fohlen einen Namen geben. Es war eine Stute und ich habe sie Giada genannt. Das war toll. Ich habe allen davon erzählt am nächsten Tag. Drei Tage danach war das Fohlen tot in seiner Box. Ich habe es entdeckt. Die Schnauze war mit einem Seil zusammengebunden worden. Die Axt, die mein Vater zum Holzmachen benutzte, war an die Tür von der Box gelehnt gewesen. Ich musste sie wegtun, damit ich am Morgen die Tür aufmachen konnte. War Blut dran. Da wusste ich schon, dass was Schlimmes passiert war. Giada war ganz zerhackt. Alle Hufe ab. Der Hals war fast durch. Überall habe ich Axthiebe gesehen am Fohlen. Dann habe ich gesehen, dass mit dem ganzen Blut was geschrieben worden war, an der Wand von der Box. Foul. Das war Toni. Toni hat Giada umgebracht und zerhackt. Ich habe sofort meinen Vater gerufen und... Der Pater hob den Blick von den ungelenkten Buchstaben. Wenn nur und sein Vater hatten, noch mehr zu erdulden. Eine Woche später war es Pepper, die Mutter, mit Stöcken in Anus und Vagina. Elend verblutet. Wieder das Wort Foul mit Blut geschrieben. Dann die Hühner. Vom Fuchs gerissen. Nur hatte jemand den Fuchs auch hereingelassen. Benno schrieb, dass es unmöglich nur ein einziger gewesen sein konnte, da er und sein Vater, als das Gegacke und Gekreische losgegangen war, sofort hinausgerannt waren. Aber da war es schon zu spät gewesen. Acht von elf Tieren waren tot und kein Fuchs weit und breit. Das Wort Foul fehlte diesmal. Aber er musste Benno Recht geben. Er erinnerte sich an das Fußballspiel und daran, dass Tony völlig ausgeflippt war. Er hatte den Vorfall nicht ernst genug genommen. Besondere Sorgen machte ihm vor allem der erste Satz Benno's. Wenn es keine Sünde wäre, würde ich ihn töten. Wenn das Gewicht der Gebote wirklich das einzige war, das den Jungen von einem Mord abhielt, musste er deren Präsenz in seinen Predigten unbedingt erhöhen. Aber das war nur eines der Probleme, die er hatte. In Benno's Bericht stand noch etwas anderes, das mindestens ebenso beunruhigend war wie die Sache mit dem Fohlen. Anfangs hatte Benno seinen Verdacht für sich behalten, aber nach den toten Hühnern hatte er seinem Vater endlich gesagt, was er zu wissen glaubte. Was er wusste, gestand sich der Pater ein, denn nach allem, was er gelernt hatte, nachdem er mit den Berichten durch war, musste es einfach so sein. Tony da Silva war ein kranker Junge. Benno und sein Vater waren zum Haus der Dassilvers gegangen. Tonis Mutter hatte die Tür geöffnet, sich angehört, was Benno und sein Vater zu sagen hatten, und die Tür wortlos wieder geschlossen. Das war aber nicht das Seltsame, nicht das Bedrohliche. Benno hatte an ihr vorbei ins Haus gespäht. Er hatte einen Mann gesehen, den er nicht kannte. Einen Fremden. Er habe hinten im Flur gestanden und ihnen zugehört. Und gegrinst. Das hier war ein kleiner Ort, in dem jeder buchstäblich jeden kannte. Niemand hatte einen fremden Mann kommen oder gehen sehen. Benno hatte sich in der direkten Nachbarschaft umgehört, was natürlich dem Ruf von Frau da Silva nicht eben zuträglich war. Aber der war ohnehin bereits durch ihre Trunksucht stark belastet, und er konnte es dem Jungen nicht verübeln, dass er sich keinen Deut darum scherte. Das Verwunderliche war, dass tatsächlich niemand, nicht eine einzige Seele, irgendetwas über den Mann wusste. Das war eigentlich unmöglich. Unmöglich, sollte wirklich nur Benno diesen Fremden gesehen haben und sonst niemand. Der Pater nahm sich für den nächsten Tag vor, Benno's Vater zu befragen. Zwei weitere Berichte hatte er im erneuten Durchlauf noch vor sich. Den von Pietro und den von Philippe. Der von Pietro fing an mit den Worten, Es war ein Zettel. Ich habe ihn in meinem Geschichtsbuch gefunden. Zwischen den beiden Weltkriegen. Es stand nur ein Name drauf. Luca. Ich habe mir nichts dabei gedacht und den Zettel weggeworfen, oder meine Hausaufgaben darauf notiert oder sowas. Dann wieder ein Zettel. In meinem Schuh nach dem Sportunterricht. Wieder nur der Name. Luca. Zu dieser Zeit waren Luca und ich nicht gerade Freunde. Nicht so wie jetzt. Auf jeden Fall habe ich ihm damals nichts davon erzählt. Ich hatte den ersten Zettel für einen Zufall gehalten oder sowas. Aber der zweite Zettel brachte mich dazu, Luca genauer zu beobachten. Er saß in derselben Reihe wie ich auch. Zwei Plätze weiter nach rechts. Aber Sie kennen die Sitzordnung ja. Mir fiel nichts an ihm auf. Er benahm sich wie immer. Dann, am Tag darauf... Der Pater sah auf die Uhr. Es war spät geworden. Er war müde vom Wein und von den schrecklichen Dingen, die er heute erfahren hatte. Er beschloss am nächsten Tag weiterzumachen. Vermutlich wäre es am besten, vorerst mit dem Unterricht fortzufahren, wie gehabt. Aber er würde sie im Auge behalten. Die vier Jungs und vor allem Tony da Silva. So ganz begreifen konnte er es immer noch nicht. Der Junge war wahrlich kein Unschuldslamm. Wenn das alles stimmte und daran zweifelte Pater Bianchi nicht, war er sogar wirklich... Nun, dann war er gefährlich. Die vier, die er zuerst als Übeltäter identifiziert hatte, hatten gute Gründe für ihr Verhalten. Nachvollziehbare Gründe, aber keine Entschuldigung. Und so, wie sich die Sache darstellte, hatte der Pater keine Gründe, an dem Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen zu zweifeln. Luca und die Unterwäsche seiner Schwester, Benno und sein Fohlen. Faul. Er musste an Shakespeare's Hexen denken. Pietro war mithilfe der Zettel in einen Streit mit Luca hineinmanipuliert worden. Und Philippe... Das war eine richtig hässliche Sache. Der Pater schlief schlecht in dieser Nacht. Am nächsten Morgen fühlte er sich wie gerädert. Natürlich war der Wein daran schuld. Wobei, nein, eigentlich konnte der Wein nichts dafür. Er hätte ja nicht so viel davon trinken müssen. Der Unterricht an diesem Tag verlief schleppend und träge, so kam es ihm vor. Er ließ seine Klasse viel lesen und Textaufgaben erledigen, was ihm Gelegenheit gab, die vier Jungs und Toni, der heute wieder anwesend war, genauer zu beobachten. Toni war hochkonzentriert und bei der Sache, so wie immer. Seine Opfer oder seine Feinde, je nachdem, wie man es betrachten wollte, waren weniger bei der Sache. Immer wieder drehte sich der eine oder andere von ihnen zu Toni, der in der letzten Reihe saß, nach hinten um und warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. Der Junge hatte ein böses Pfeilchen und zwei Knöchel an der linken Hand waren aufgeschürft. Er hatte sich also gewehrt. Während des Unterrichtes und während der Pause würdigte er keinen der vier eines Blickes. Aber nach allem, was der Pater in den Berichten gelesen hatte, mussten schreckliche Rachegelüste in dem Kind brodeln. Der Pater wusste, dass es seine Aufgabe war, Schlimmeres zu verhindern. Nun, gestern hatte er die vier nach dem Unterricht bei sich behalten. Da war es doch nur gerecht, wenn er sich heute Toni zur Brust nehmen würde. Toni hatte nicht mitbekommen, dass er die Jungs, die ihn verdroschen und an die Ochsenstatue gebunden hatten, zu sich gerufen hatte. Er war, nachdem er losgebunden worden war, nicht in die Schule, sondern direkt nach Hause gegangen. Dabei wollte der Pater es fürs Erste belassen. Er würde sich aber nach Tonis Wohlbefinden erkundigen und versuchen, etwas näher an den Heranwachsenden heranzukommen, ein Vertrauensverhältnis herzustellen. Besonders beunruhigend fand der Pater nach wie vor die Randnotiz in Benors Aufsatz, aus der hervorging, dass sich ein unbekannter Mann bei Toni und seiner Mutter aufhielt. Nicht, dass er uneheliche Verhältnisse verdammte, so dogmatisch und weltfremd war er nicht. Aber angesichts von Tonis Neigung und der Trunksucht seiner Mutter konnte das ein zusätzlicher Faktor sein, der Toni zu seinen bösen Spielchen antrieb. Außerdem hatte er den Verdacht, dass der Mann etwas mit der sexuellen Komponente von Tonis Taten zu tun haben könnte. Toni war noch sehr jung. Zu jung für so etwas. Aber ob da etwas dran war oder nicht, diese ganze Angelegenheit musste aufgeklärt und beigelegt werden. Der Pater wusste nur zu gut, was eine Gewaltspirale war. Irgendwie musste es ihm gelingen, sie zu unterbrechen. Irgendwie musste es da sein, sie zu unterbrechen. Die beiden Seiten der жизни verprmaken, sie zu unterbrechen. Die motivates die與 τους Die Omega-Sabout-V ernestacioniert. Hier ist auch nicht сначала ein Doing-F nation oder die göpt.